Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj hat eingeräumt, dass sich die Lage in der Frontstadt Bachmut weiter kompliziert hat. Gleichzeitig erneuerte Selenskyj seine Bitte um mehr Waffenlieferungen, Flugabwehrgerät und Kampfflugzeuge. Vize-Verteidigungsministerin Hanna Malja sprach von einer russischen Taktik der Zermürbung und totalen Zerstörung. Sie räumte ein, dass die russischen Truppen zahlenmäßig überlegen sind. Bei einem Überraschungsbesuch in Kiew ist US-Finanzministerin Janet Yellen von Selenskyj empfangen worden. Dabei sagte sie eine Milliarde US-Dollar an neuer Finanzhilfe zu. Insgesamt haben die USA somit knapp 50 Milliarden US-Dollar an die Ukraine überwiesen. In Genf befasste sich der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen mit dem russischen Angriffskrieg. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock und ihre französische Amtskollegin kritisierten Berichte über systematische Verschleppungen ukrainischer Kinder nach Russland als abscheulich. Am Donnerstag wird eine Rede des stellvertretenden russischen Außenministers Sergej Ryabkov vor dem UN-Menschenrechtsrat erwartet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017